Ein Rocker kommt in ein Restaurant und schaut sich nach einem Sitzplatz um. Er sieht einen alten Mann vor einem Teller Suppe sitzen, aber der Mann isst seine Suppe nicht. Der Rocker denkt, das ist schade, die Suppe wird nur kalt und ich habe Hunger. Wenn ich diese Suppe esse, so muss ich nicht auf die Bedienung warten und ich muss auch nicht dafür zahlen. Er setzt sich zum alten Mann an den Tisch, nimmt die Suppe und beginnt zu essen. Der alte Mann zeigt keine Reaktion. Als der Rocker die Suppe fast fertig gegessen hat, kommt ein Kamm voll mit Haaren zum Vorschein. Der Rocker erbricht die Suppe sofort zurück in den Teller. Jetzt reagiert der alte Mann, das ist komisch, du bist genauso weit gekommen wie ich. Boah, mega eklig.